Yanni und Unravel wurden aus einem einzelnen Funken Inspiration herausgeboren. Ich hatte diesen Gedanken, was wäre, wenn wir ein Spiel über die Liebe machen? Ein Spiel, in dem unsere Verbindungen mit anderen Personen tatsächliche physikalische Verbindungen sind wie Garnfäden. Was, wenn man ein Wesen spielen würde, das aus diesem Stoff gemacht ist? Die Idee wuchs und je mehr ich darüber nachdachte, desto realer fühlte es sich an. Es fühlte sich wichtig an, ein Spiel, das entwickelt werden musste. Garn wurde zum Symbol für Liebe, Sehnsucht und Verbundenheit. Zum roten Faden, der durch unser Leben führt und alles zusammenhält. Im Spiel sollte es darum gehen, andere zu erreichen und zerstörte Verbindungen zu flicken. Man würde ein kleines Garnwesen spielen, das am Anfang mit etwas Wichtigem verbunden ist und man müsste versuchen, es bis zum Ende zu schaffen, ohne sich vollständig abzuwickeln, damit man das Garn nutzen könnte, um Dinge zu verbinden, die nie auseinander gehen sollten. Und dieses kleine Wesen wurde zu Jarni, ein Helfer, eine positive Kraft. Dieses zerbrechliche, aber fähige Wesen, das man durch die Welt fliegt. Ein tapferes Ding mit großem Herzen, das die Welt mit einer kindlichen Neugierde und Begeisterung sieht und trotz seiner kleinen Statur große Dinge vollbringt. Ich wollte einen Charakter, der zu Empathie inspiriert und dazu, sich zu kümmern, denn das ist ein wesentlicher Teil des Spiels, sich zu kümmern, mit anderen verbinden. Jarni wurde beim Camping mit meiner Familie erschaffen. Ich machte eine Puppe aus Dingen, die ich mir zusammensuchte und spielte damit. Ich brachte sie in Posen und schoss Fotos, während ich mir ausmalte, wie das fertige Spiel aussehen könnte. Es war ein wirklich schöner Prozess. Ich war in der Natur einer so inspirierenden Umgebung. Ich spielte eigentlich nur, hatte Spaß und versuchte einzufangen, wie es sich anfühlte. Ich hatte meine Kinder bei mir und konnte bei jeder neuen Idee sofort sehen, ob sie funktionierte. Jetzt, zwei Jahre später, blicke ich auf diesen Sommer zurück und bin beeindruckt, wozu das alles geführt hat. Dieser Funken Inspiration ist zu einem echten Spiel herangewachsen. Stunden voller Liebe und harter Arbeit wurden hineingesteckt und Jarni erreicht jetzt schon Leute und formt Verbindungen. Das ist ein großartiges Gefühl. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020